Ich will heute die Gelegenheit, meinen Nutzen ein bisschen klar zu machen, worum es mir in meinen Videos eigentlich geht. Ich hatte zum Beispiel heute auf dem Video aus Blick viele Kommentare, die sagen, Mensch, doch zu viel Politik und so weiter und so fort. Aber Gegenfrage, sind die Marktbewegungen, sind die Dinge, die jetzt an den Finanzmärkten geschehen sind, passiert sind, sind die verstehbar ohne das, was sich vor allem politisch in den USA ereignet hat mit Georgia, dieser Nachwahl mit den Ereignissen gestern im Kapitol. Und grundsätzlich ist für mich eben das Interessante an den Finanzmärkten, dass sie ja praktisch der Puls an der Informationsgesellschaft sind. Und Information ist das entscheidende Gut in dieser Gesellschaft. Und ich bin ja bekanntlich vielleicht Mitgründer der Seite Finanzmarktwelt.de und ich wollte einfach mal im deutschsprachigen Bereich etwas anderes lesen als immer dieselbe Soße, egal wo man geguckt hat, waren immer irgendwelche Marktberichte, die sich geähnelt haben oder die mehrfach durchgenudelt wurden von verschiedenen Plattformen. Immer das Gleiche. Ich wollte im deutschsprachigen Raum etwas schaffen, was ein bisschen anders ist, was eine andere Seite der Medaille beleuchtet. Und so ist Finanzmarktwelt entstanden. Und da war mir immer wichtig, das Zusammenspiel einerseits zwischen den Finanzmärkten, Politik und der Wirtschaft, denn das gehört für mich irgendwie zusammen. Und es geht für mich vor allem darum, die Frage zu stellen, was heißt eigentlich, was oder was bedeutet das, was da derzeit passiert, welche Konsequenzen hat das für unsere Zukunft, welche Strömungen sind da, welche Strukturen werden da angelegt und was wird dann auf uns zukommen. Und diese Frage ist mir viel wichtiger als etwa zu sagen, naja, heute geht es nach oben oder heute geht es nach unten. Das kann interessant sein, aber das machen andere deutlich besser vielleicht als ich. Auch der Vorwurf, ich wäre dauerbärisch und so weiter. Nein, ich bin nicht dauerbärisch für die Märkte. Das ist in Zeiten der unbegrenzten Liquidität vielleicht auch nicht das allerbeste Mittel, sondern ich bin dauerbärisch für die fundamentale Situation. Und es ist eben dieses Auseinanderdriften zwischen Wachstum und Verschuldung. Die Verschuldung steigt deutlich schneller, als das Wachstum hinterherkommt. Und wir brauchen inzwischen Faktor 7 Verschuldung, um Faktor 1 an Wachstum zu generieren. Wir müssen also 7 Dollar aufwenden, um 1 Dollar Wachstum zu generieren. Und gleichzeitig sind die Aktienmärkte, sind die Finanzmärkte auf Extremlevels, eben weil die Notenbanken diese Dinge hier ermöglichen, unsere Wohlstandsillusionen ermöglichen. Und es gibt eben, und das ist eines meiner Themen, diese immense, immer größer werdende Differenz zwischen der Realität auf dem Boden und dem Orbit der Finanzmärkte, die sich hier inzwischen mehr und mehr entkoppeln. Das hat zum Beispiel heute auch Mohamed El-Erian auf den Punkt gebracht. Hier mal eine Grafik, Erde, Reality, Markets, so ein bisschen auf dem Mond. Und El-Erian sagt, es gibt so viel Liquidität in diesem System. We will continue to have this contrast between what the market is doing and what conditions on the ground are telling you. Also das, was in der Realität passiert, ist etwas völlig anderes, als was uns die Märkte eigentlich erzählen. Um diese Differenz geht es mir, die aufzuzeigen, die Strukturen zu zeigen und damit wahrscheinlich, oder als kleine Leuchte hier versuchen zu analysieren, was da auf uns zukommen wird, was unsere Kinder noch schultern werden müssen, mit welchen Dingen sie zu tun haben werden. Das sehe ich als meine Aufgabe an. Und das will ich einfach mal klar zum Ausdruck bringen. Hier zum Beispiel auch Folgendes. Wir haben heute den FED-Speaker Harper gehabt, der Philadelphia-FED-Chef, der gesagt hat, ja mit dem QI, das wollen wir jetzt erstmal nicht reduzieren, weil sonst würden wir Market Disruptions riskieren. Also wir würden praktisch Verwerfungen an den Märkten riskieren. Fakt ist doch, dass die FED und andere Notenbanken diese Verwerfungen doch ausgelöst haben. Denn das, was wir hier sehen, hat mit Märkten ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Die Anleihenmärkte schon so manipuliert, dass da überhaupt von Markt gar nicht mehr zu reden ist. Und wir sehen es auch im Aktienbereich hier, etwa der IWM, das ist der maßgebliche ETF für den Nebenwerteindex Russell 2000. Der handelt 29,7% über seinen monatlichen 10er MMA. Wir sind 37% über seinen Weekly 50er MMA und wir sind 36,7% über seinen 200er MMA. Also das sind absolute Extremwerte, gab es noch nie. Das sind die Verwerfungen, die hier passieren. Das ist nicht gesund, das ist nicht nachhaltig, das ist gefährlich, das ist eine Blase. Eine Blase ist natürlich vorwiegend eine Frage der Psychologie. Und die Notenbanken schaffen es eben, die Psychologie der Investoren so zu drehen, dass denen auch teilweise aufgrund der finanziellen Repression gar nichts übrig bleibt. Wir sehen hier auch zum Beispiel eine Disruption von Märkten. Wir sehen, dass die Junk-Bond-Deals, also die Risikoprämien für Schrottanleihen auf Deutsch gesagt, heute auf ein neues Allzeittief gefallen sind. Entspricht das der Realität? Nein, das Ausfallrisiko steigt immer mehr, trotz Notenbanken. Dazu mehr gleich auch aus Deutschland. Also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass viele Firmen jetzt bald pleite gehen werden, in Lockdown-Zeiten, in Zeiten, wo teilweise ganze Ökonomien praktisch nur noch auf halber Kraft fahren, wo ganze Sektoren geschlossen sind. Wie soll das anders gehen? Die werden zwar ein bisschen alimentiert durch den Staat, aber das wird für viele nicht reichen. Gleichzeitig sinken die Risikoprämien auf allzeittiefs. Für mich ist das nicht logisch und ist eben diese Differenz zwischen Finanzmärkten und der Realität. Und wir sehen, dass zum Beispiel auch diese Ungleichgewichte immer stärker werden zwischen menschlicher Arbeit, die natürlich tendenziell durch künstliche Intelligenz entwertet wird. Und in dem, was an den Finanzmärkten passiert, wir müssen jetzt oder Amerikaner müssen jetzt so viel arbeiten, nämlich über 141 Stunden, um sich dafür einen S&P 500 zu kaufen, der ja heute erstmals 3.800 Punkte erreicht hat. Der DAX hat es heute mal über die 14.000er Marke geschafft. Allzeithochs, Allzeithochs, Hurra, Hurra, Hurra. Aber es ist eine Anleihe an die Zukunft. Wir konsumieren, verkonsumieren in der Gegenwart bereits unsere Zukunft und die Rechnung wird kommen. Wir wollen sie natürlich nur jetzt nicht bezahlen. Wir lassen beim Wirt ständig anschreiben und sagen, es ist doch fein, der nächste Wein, das nächste Bier, das haut richtig rein. Und dann geben wir uns gleich noch das nächste, weil wir wollen ja nicht nüchtern nach Hause gehen. Und nüchtern ist eh scheiße, also sind wir lieber besoffen. Und so sind wir praktisch in einem Dauerzustand der Besoffenheit. Und das geht eine Zeit lang gut, bis es eben nicht mehr gut geht. Wir sehen hier, dass zum Beispiel der Anteil jetzt wie der USA, dessen, was die Löhne ausmachen an der US-Ökonomie und was die Gewinne der Unternehmen ausmachen, total auseinanderklaft. Der Anteil der Löhne geht deutlich nach unten, liegt jetzt bei 7%. Der Anteil der Profite der Unternehmen ist gestiegen und liegt bei knapp 11,5%. Also dieses Auseinanderklaffen, das ist ein Riesenproblem, dass die Löhne nicht mitkommen mit den Dingen, die sonst passieren. Zum Beispiel Immobilienpreise, zum Beispiel eben auch Unternehmensgewinne etc. Das heißt, die meisten Leute partizipieren nicht an dieser Geschichte. Und genau das ist das Problem. Genau das ist eine Ursache dafür, was wir gestern im Kapitol gesehen haben, dass da ein Mob durchrennt, der wütend ist, weil er sozusagen gesagt bekommt, diese Wahl ist gefälscht, aber der wahrscheinlich eine Grundwut in sich hat, die eben letztlich darauf basiert, dass sie Abgehängte in einer Gesellschaft sind und sehen, dass anderen es immer besser geht, dass andere immer reicher werden und sie aber doppelt so viel arbeiten als noch vor 10, 20, 30 Jahren für dasselbe Gehalt. Das ist doch das Problem, das hier wirklich zur Diskussion steht und das uns alle angeht, dass es nicht nur für Leute interessant ist, die sich mit den Finanzmärkten beschäftigen. Und so hatte ich schon öfter mal diese Pyramide gezeigt, die neue Hierarchie, der neue Feudalismus gewissermaßen mit den Zentralbankern an der Spitze. Das sind die eigentlichen Masters of the Universe. Die bestimmen, ob wir diese Illusion weiter aufrechterhalten können. Die sorgen dafür, dass die Reichen immer reicher werden. Die sorgen dafür, dass die Staaten sich refinanzieren können etc. etc. Das sind die eigentlichen Chefs. Dann kommen die Banker, die Unternehmenselite, erst dann die Politiker, Bürokraten und so weiter. Und 99, irgendwas Prozent sind eben ganz unten. Die gehören nicht so wirklich dazu. Die kriegen vielleicht ein paar Brotkrümel, freuen sich, wenn eine Tesla steigt oder wenn irgendetwas ein bisschen Geld in die Kasse spült. Sie werden es doppelt bezahlen müssen in der Zukunft. Aber sei es drum. Wir haben zum Beispiel Tesla, das hatte ich vorhin schon erwähnt, jetzt den 10. Tag in Folge gestiegen. Wäre ohne so etwas wie diese Notenbank-Verrücktheit, sag ich mal, überhaupt nicht möglich, dass angesichts dieser fundamentalen Kennzeichen so etwas passiert. Um diese Blase zu rechtfertigen, müsste Tesla schon immens in diese Blase hineinwachsen. Das wird nicht gelingen. Heute erstmals über 800 Dollar gestiegen. Damit ist jetzt Elon Musk dabei. Jeff Bezos als reichsten Menschen der Welt abzulösen. Also der wird dann noch reicher, der Elon. Das wird dann sich weiter steigern. Wahrscheinlich die Dickfische, die werden immer dicker. Und die Dünnfische, die werden latent immer dünner. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Wie gesagt, wir haben gestern ein kleines Wetterleuchten gesehen auf das, was da kommen kann. Und wir haben auch die Situation, dass jetzt der Tesla dabei ist, Facebook zu überholen an Marktkapitalisierung. Tesla ja 75% gestiegen seit August, während Tesla 13%, Facebook 13% gefallen ist. Insgesamt sehen wir aber schon unter der Oberfläche eine gewisse Umwälzung. Die fünf großen Tech-Werte in Relation zur Performance der anderen 495 Aktien im S&P 500. Da geht diese Geschichte zurück. Also wir haben heute zwar Tech wieder stark, aber es ist doch so, dass die anderen jetzt ein bisschen aufholen. Immerhin, es ist nicht mehr diese Einseitigkeit da. Und wenn wir jetzt doch nochmal zur Politik kommen, meine Damen und Herren, auch wenn es immer heißt, zu viel Politik, zu viel Politik. Hier der Titel des Videos heißt, er missverstehen Sie mich richtig. Ein Zitat von Gerhard Bolt, den ich extrem schätze, der die Dinge auch sarkastisch auf den Punkt bringt, wie kein anderer. Jedenfalls haben wir heute dann endlich jetzt die Situation, wie viele Kommentare unter meinen Videos waren, Fugmann, du hast keine Ahnung, Trump bleibt Präsident, jetzt ist es offiziell, Trump bleibt nicht Präsident und er hat es eingestanden. Interessanterweise musste Danz Carvino, Mitarbeiter im Weißen Haus, das formulieren und veröffentlichen. Da hatte Trump nochmal gesagt, also ich war der geilste Präsident aller Zeiten, es waren die besten vier Jahre der USA überhaupt und so weiter und so fort. Und die Wahl war ja sowieso gefälscht, aber jetzt ist es halt so, jetzt werde ich dieser Amtsübergabe nicht mehr im Weg stehen. Gestern hatte er ja noch zugerufen seinen Anhängern, wir werden niemals aufgeben, never surrender, jetzt macht er genau das. Gott sei Dank, muss man sagen, bevor die Dinge weiter eskalieren. Und Donald Trump wird jetzt in schwere Fahrwasser gelangen. Wir sehen, Facebook und Instagram haben ihm jetzt für den Rest seiner Amtszeit gesperrt, geblockt. Bei Twitter ist er auch noch geblockt. Und möglicherweise wird dieses Blocken dauerhaft sein, also auch wenn dann der 20. Januar vorbei ist, wird Trump nicht mehr über soziale Medien wie Facebook, Instagram und Twitter kommunizieren können. Und Trump war ja vor allem in letzter Zeit auch ein super Kontraindikator, was jetzt die Marktbewegung betraf. Jedes Mal, wenn die Märkte nach oben sind, irgendwie ein Allzeithoch erreicht haben, dann hat er getweetet, neues Allzeithoch, alles super. Kurz danach sind die Märkte dann in einen Korrekturmodus gegangen, meistens nicht sehr nachhaltig, wie wir inzwischen wissen. Aber das Timing war schon immer sehr, sehr gut. Und übrigens auch Shopify hat jetzt Trumps E-Commerce Webseiten runtergenommen. Also das wird jetzt auch geschäftlich für Donald immer schwieriger. Da ist sehr, sehr vielen Menschen auf die Füße getreten und da wird es den einen oder anderen geben, der sich das gemerkt hat. Kommen wir jetzt mal zur Situation eben mit Demokraten, Präsident, Abgeordnetenhaus und knappe Mehrheit im Senat. Hier mal eine historische Aufstellung, wie eigentlich die Konstellationen gewesen sind. Wenn zum Beispiel eben Präsident und Kongress beide demokratisch sind, dann haben wir eigentlich hier die zweitschlechteste Performance, natürlich positiv 9,3 Prozent, aber die beste Performance haben wir bei dem, was Trump in den ersten zwei Jahren hatte, nämlich republikanischer Präsident und Kongress komplett in der Hand, also Senat wie auch Abgeordnetenhaus komplett in der Hand der Republikaner. Das nur mal nebenbei erwähnt. Wir haben jetzt, wie Gott man sechs, hier zeigt mir, Stimmelust zu erwarten, 750 Milliarden dürften nochmal oben drauf kommen. Warum nicht gleich siebeneinhalb Billionen? Die Amerikaner hätten es ja verdient. Wir haben ja gestern die besten Exemplare auch bestaunen dürfen. 300 Milliarden davon nochmal in Stimulus-Checks und die anderen, die kommen dort zu State and Local Fiscal Maßnahmen, also dass man Bundesstaaten unterstützt, Lokalverwaltungen unterstützt etc. etc. Das ist natürlich einer der großen Tri-Bad-Rallye. Und wenn wir uns mal diese Nervosität anschauen, die da durchaus der Fall war, wir hatten ja das Jahr sehr schlecht begonnen, dann gab es diese Nachwahl in Georgia, die Märkte ab krass nach oben, dann gestern teilweise zumindest kurzfristig impulsiv nach unten, heute wieder neue Allzeithochs. Aber all das ist eben vor allem die letzten beiden Ereignisse mit Politik verbunden. Wenn ich da nicht sozusagen das einbeziehe, wie soll ich es dann kapieren? Und wir haben natürlich auch aufgrund des Sieges der Demokraten jetzt die Situation, dass die Anleihenredditen nach oben gehen. 1,09% jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe. Sehr, sehr schneller Anstieg jetzt in den letzten beiden Tagen. Und interessant ist, dass trotzdem die Technologieaktien heute gut laufen. Normalerweise sind Anstiege von Renditen nicht gut für Tech-Werte, sind gut für Banken, Fristentransformation etc. Zumal sich die Zinskurve auch heute noch weiter versteilt. Also die Differenz, Rendite, Differenz zwischen länger laufenden und kürzer laufenden Anleihen, die wird größer. Wir sehen ein Comeback bei Lamber. Lamber ist wirklich wichtig, weil es die Nachfrage nach Immobilien zeigt. Immobilien sind gerade für die Amerikaner extrem wichtig, sind der Wertspeicher schlechthin. Hier haben wir eine massive Erholung nach dem vorherigen Abverkauf. Sehr volatil, wie man hier insgesamt sieht. Und wenn wir nochmal zu den Notenbanken kommen, dann sehen wir extrem erfolgreich, hier zum Beispiel die EZB-Bilanzsumme, jetzt Richtung 7 Billionen. Auf der anderen Seite haben wir heute die Verbraucherpreise aus der Eurozone gehabt. Minus 0,3%, also deflationär. Dafür haben wir fast schon eine Hyperinflation eben bei Immobilien und bei Aktien. Das gleicht sich alles aus im Leben. Durch seine übergeordnete Gerechtigkeit. Und wir sehen, dass hier jetzt die Dinge in Deutschland schwierig werden, vor allem für den Einzelhandel. Wir sehen hier mal die Passantenzahlen in deutschen großen Innenstädten. Da sehen wir, dass wir jetzt da ziemlich wieder auf dem Niveau sind wie im ersten Lockdown. Das ist, wie gesagt, für die Einzelhändler, stationären Einzelhändler natürlich eine Riesenkatastrophe. Insgesamt ist der Einzelhandelumsatz im Jahr 2020 sogar um 3% gestiegen. Aber es ist eben vorwiegend an Amazon gegangen, an internationale Konzerne, die eben online gut aufgestellt sind. Nicht weniger, vor allem der stationäre Einzelhandel. Der ist der große Verlierer. Aber das ist einer dieser Trends, die jetzt durch Corona noch mal verstärkt wurden und werden. Ja, all das hat der Marcel Fratscher. Der hat das klar erkannt. Also intellektuell wären wir ohne Marcel verloren. Das muss man einfach noch mal sagen. So, meine Damen und Herren, das war jetzt einmal ein kurzes Video, wo ich versuche, die Dinge auf den Punkt zu bringen, mein Konzept darzustellen, weil es immer wieder die Kommentare gibt, Fugmann, du bist dauerbärisch, Fugmann, du bist zu politisch oder du bist zu das oder zu das. Das ist mein Konzept, das Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft und Finanzmärkten mit den Folgewirkungen, die das für uns alle haben wird. Wem das nicht taugt, wer lieber Videos guckt, geht es heute rauf oder geht es runter, wie werde ich reich an der Börse, der hat genug anderes im Internet, der muss nicht mich gucken. Das ist nun mal ein Vorschlag. So, jetzt wünsche ich das allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.